ARRI NEBENS KINNER NEUER GEILER KARDEN Ja, das tut man wirklich grad voll. Ja, alle im Altersheim, klar. Jetzt schäme ich mich noch mehr. Ein riesiger Hamster zerstört glücklich die Stadt. Sehr geil. Badetag im Sommer. Oh, 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 oh. Nina liegt auf roter Decke während ein Pool jemand hat. Das hab ich bekommen. September ertrinkt im Punkt, Nina träumt von Pommes. Aber ich habe das auch gesagt, weißt du, warte. Nina ertrinkt September für Pommes. Das Game ist für Samstag auch wieder geplant. Wir können das auf jeden Fall. Oh, ich sehe es. Warum hört sich der Vorleser an wie Donald Trump? Wir müssen das auf Deutsch umstellen. Der Pedder hat es gemacht. Der Pedder, der Pedder. Ja, weißt du. Ich glaube, ich habe es noch etwas erkennen. Oh Gott, ich glaube, ich habe es noch etwas erkennen. Ich weiß gar nichts. Okay. Das ist so schlecht. Also, meins kann man sehr gut erkennen, glaube ich. Ja, unten rechts, genau. Okay, jetzt kommt halt, jetzt müsst ihr halt erraten. Und jetzt werden alle sagen, what the fuck ist das? Und Max wird wieder rumkrakehren. Ich sehe es schon. Nee, schlimmer. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch ein bisschen. Gut, die Zeit ist jetzt gleich vorbei, Max. Ich brauche noch ein bisschen. Ja, die Zeit ist jetzt, also das kann ich nicht beeinflussen. Die Zeit ist jetzt gleich. Ah, Mann, jetzt habe ich schon wieder mein Dings geleakt. Goddammit, ich hasse das Spiel. Mann. I tried my best. Oh, wie gut. Mann, die Teele. Trilux spielt Among Us. Oha. Trilux träumt von einem am Axt. Aber Trilux wurde erkannt. Ja, ja. Okay. Ich sag's immer so, wenn Schlo anfangen hätte der Trilux. Duisburger steche in Among Us. Ja, hey, wo der Duisburger stecht jetzt wieder Dreck. Das ist nice. War gut, war gut. Das ist full circle. Ja, full circle, das stimmt. Das ist cool. Ja, das habe ich verkackt. Das tut mir leid. Hä, aber hier, das war, hier, aber da war es auch noch nice. Ach, jetzt weiß ich, was es wäre. Das ist ein Spiel, Alter. Da willst du wieder ein Spiel. Alter, Kami. Ich konnte mich nur noch an die Schuhe erinnern. Boah, das kommt von dir, du Arschloch. Boah, das kommt von dir, du Arschloch. Oh Gott, ich, oh Gott. Funk, willst du links oder rechts sein? Such's dir aus. Ich glaube, ich bin rechts. Ich glaube, ich habe die große Fitte. Ich finde den Bauch schön, finde ich. Den Bauch finde ich schön. Zwei Leute werfen sich einhändig einen Ball zu. Ich bin echt nicht. Oh Gott, jetzt ist der noch schwer. Oh, okay, das ist immer süß. Das ist immer süß. Tobi hat sich das schön gemeint. Ball spielt in der Sonne. Das wird ja voll ausfremdlich. Ja, ja, ja. Alter, was für ein fieser Begriff. Was ist denn ein? Schade, dass das einhändig nicht übernommen wurde. Mit Tentai-Sham und Schimmelkram Und Tentakeln zuhauf Ich lehr' die Welt, das Oranieren in voller Harmonie. Ich zeig dir Schmutz, Siegel, Cartoon und hoffe, das endet nie. Ich will die Welt nur einmal sehen, mit steifem Glied in der Hand. Das Wichsen hören, ob nah, ob fern und das spritzt durchs ganze Land. Ich lehr' der Welt, das Oranieren in voller Harmonie. So, bitteschön. Äh, zeichnet. Und was schreib' ich da jetzt rein? Also, was ich glaub', was es ist, oder? Mhm. Also, hier hat jemand ein ganz krank perverses Gehirn. Auf jeden Fall. Also, für mich, dürfen wir uns auch absprechen, oder wie machen wir das? Ja, wie absprechen. Also, dürfen wir darüber sprechen, oder sieht jetzt jeder von uns aus? Am Ende sehen wir alle. Also, jetzt reden wir noch nicht darüber, was wir so sehen, was wir... Alter, ich hab Arsch für zwei. Süß! Teufel, Annie peitscht Ziegenmatteo aus. Ziegenmatteo! Vor allen Dingen, für mich war das, für mich war das Dorothy aus... Oh Gott, hast du mich erschrocken. Oh, je... Oh mein Gott, meine Heads, bye! Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich weiß, was daraus geworden ist. Was ist denn da raus geworden? Ich weiß, was daraus geworden ist. Oh no! Oh nein, nein, bitte nicht! Nicht jetzt schon, nicht jetzt schon! Das macht so'ne Psyche. Ich hab's nicht geguckt. Jo, das muss es sein. Oh mein Gott! Ich hab's nie geguckt, ich tut mir leid. Na, Rudolf, Bindehaut in den Bindel. Ja, theoretisch kann man das in dem Anime so sagen, dass sich alle ne Bindehaut in den Bindel sagen. Oh mein Gott, das ist gut! Scheiße. Ups, warte, ich klicke's wieder hin. Hey, das ändert nichts am Geschmack. Warte mal ganz kurz. Ist dir die Pizza runtergefallen? Ja. Hast du das gesehen? Nein, jetzt. Scheiße, auf die Tastatur und überall. Ich hab Käse auf dem Y. Ich hab Käse auf dem Y. Hattest du vorher aber auch schon. Das hat nichts mit dem Geschmack. Hey Riesel, hast du mein Gesang? Das ist wunderschön. Es ist zeitversetzt im Discord, aber das ist mir egal. Riesel und Papu auf Tournee. Es tut in deinem Weh. Und wenn du mehr hören... Leute, sind alle so busy. Das ist fucking insane. Oh Mann. Dankeschön, MC Drunks für die zwei Wunden. Wer lacht da gerade so? Ich hab das Bild nicht. Wer lacht da so? Das war Jenny. Jenny ist da, glaube ich, die sich da gerade tut. Das merke ich mir. Einfach der Jedi. Ich hab eigentlich viel mehr gemalt. Oh Scheiße. Aber er hat ganz ein einzig Bauch gehört. Ja, ja. Ist auch ein Stein am Ende. Die Entwicklung. Am Anfang noch ganz emotional am Ende. Einfach ein Stein, weil man kein Gefühl mehr an sich anlässt. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh, okay. Oh, ich weiß nicht. Die Meter. Oh, ist das ein Ursch? Das ist ein Ursch. Nein. Du darfst gar nicht reden. Das ist halt schlimm für dich, aber... Das ist so, wo ich vielleicht auch sagen muss, die Regeln vielleicht ein bisschen ausfassen wäre durchaus sinnvoll, weil komplett nicht zu reden, wenn man auch Leichen findet, ist halt irgendwie scheiße, weil das ändert ja nichts daran. Also wenn ihr jetzt... Schnapp dir mal, er hat den Rücken, hat den Chef gehört. Das ist so aufgerüst. Ja, verstehe. Regelanpassen macht ja auch Sinn, aber halt nicht während der Runde. Ja, während der Runde. Ja, was nicht. Leute? So, auf jeden Fall in der... Ach, der. Der. Wer ist denn jetzt noch alles weg? Lara. Nur Lara, oder? Was? Na? Sind wir alle da? Ich hab mich verstanden. Ja. Lässt ihr auch da? Nee, Läsli ist auch nicht da. Ja, ja, ich bin da. Doch, Läsli ist da. Ja. Zuki auch? Hallo, Läsli, ich bin Muri. Hallo, Läsli. Hey, Läsli, das ist Muri, Muri, das ist Läsli. Hallo. Nein. Schreibt man das so, Leute? Oh, ups. Ich hab mich endgültet. Ich glaub, das ist Ed Sheeran. Das muss Ed Sheeran sein. Ich muss Ed Sheeran sein. Komm mal in den Ast rein. Was kann nur Ed Sheeran sein? Man hat ja nicht so viel Zeit. Oh Mann, er ist Ed Sheeran. Ich wusste nicht über den Ast rein schreiben. Richtig geil. Was ist denn das? Tilte mich komplett weg. Ich wollte schreiben Ast rein. Es ist ein dummes Wort, ey. Ast rein. Ich bin echt mit T. Geil. Ah, das ist ja peinlich. Warum würde ich denn? Egal, auch nicht. Also, wenn du dich schräg siehst, dann sind unten die Beine und dann ist der Halb. Ich sehe da auch eher eine Ente. Links oder rechts schräg? Echt? Ich steh mich. Könnte auch ein Analplug sein. Ja, stimmt. Ja. Das ist eine Vase. Ich sehe die Analplug. Ja. Gold. Das könnte eine Vase sein. Oh, süß. Oh, hau. Das ist richtig schön geworden. Papu, die regiert Enten. Schön. Fröhne süß. Schön. Das hat einfach jemand bei dir. Ich habe mich was gefragt. Oh. Und zwar, weil du hast ja einen Schwanz. Bro. Oh, okay. Oh, nein. Nein. Stöhnt jetzt für dich. Ja. Jan, hier ist ein Podest. Oh, scheiße. Nee, das ist ein Podest. Scheiße, das ist kein Podium. Ein Podium ist doch ein, ähm, wo man wählt und so, ne? Soll ich muss dich niesen? Äh. Äh. Alter. Ich hab so gewusst, dass du das bist. Genau so sieht das aus. Das wusste ich nicht. Das kam jetzt nicht. Das kam jetzt, nee. Das kam nicht so. Was ist das rechts, Babe? Was ist das rechts? Das ist ein Feuerhahn. Ja, klar. Das ist ein Brenner. Der Feuerhahn. Wie warst du Feuerhahn? Man kennt ihn. Ja. Feuerhahn. Backsteinhahn. Ja. Hätte ja sein können. Ja. Ja. Tut mir leid. Ja. Das ist ein deutlich bis nach Knospen. Danke, Lara. Der Blick. Der Blick. Das ist ein Biesackknosp, Alter. Kenn ich nicht. Crack-Biesackknosp. Das ist ganz klar, Biesackknosp. Hast du kein Pokémon? Nee. Alter, Eddie, raus. Einfach raus. Ja, ist cool, aber ich muss sagen. Du bist ja an den Biesackknosp ganz nahe gekommen. Ups. Entschuldigung, ich schnief hier so rein die ganze Zeit. Das ist gut. Ich dachte, ich habe es eindeutig erkannt, aber da war so das gemeint, da habe ich es wohl falsch in der Biesackknosp. Ach, so, weil ich das gemeint habe, hast du es falsch? Okay. Ein bisschen Eigenverantwortung vielleicht mal. Aber das hat nur Punkt, 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 keine Zeit hatte. Netter Hate, Netter Hate war so, aber jetzt bist du dran. Ich habe hier weint, weil da so die innere Züchter gaben. Ich hasse dich so sehr, da, Luca. Okay, okay, okay. Wir sind quit, wir sind quit, wir sind quit. Ich habe zu viel in das Bild interpretiert. Was sonst meine? Oh, was? Oh, was? Was? Parfüm gepostet, Quidditch-Tora-Odee. Quidditch, das Fax-Spiel aus Harry P. Das Fax-Spiel aus Harry P. Quidditch, das Fax-Spiel aus Harry P. Was sehe ich jetzt? Das Fax-Spiel aus Harry P. Das könnte also ein Titel von was anderes sein. Harry Potter fangt dem Schnitz. Ich habe es nicht mal gelesen, aber gesehen. Oh mein Gott. Harry Potter beim Quidditch. Quidditch. Das Faktspiel aus Harry P. Das Faktspiel. Weber Grill mit Kochmütze, aber was ist denn dieses braune Ding dahin? Also ich weiß, ich wusste nicht, dass ein Weber Grill tatsächlich genau die Form hat. Ich habe einfach einen Grill gemalt an einem Webstuhl. Du hast einen Webstuhl gemalt. Oh Gott. Wer hat einen Webstuhl gemalt? Alter. Das ist nicht dein Ernst, ey. Oh mein Gott. Was zur Ficke. Aber ich hatte keine Zeit mehr um das Schiffchen und die Fäden zu machen. Jeder hat's erkannt an der Form von dem Grill und er war ein Fick. Alter Schwene, ey. Die sehen alle so glücklich aus. So, einen machen wir einen braunhaarig, einen machen wir einen blond. Das ist einfach nur falsch. Er hat einfach ein Haar auf den Kopf. Nein! Oh Gott. Alles klar. Shit. Was ist das? Ein Tischführer natürlich. Ein Tischführer. Ist doch klar. Ich bin ja nicht fertig geschrieben. Ähm. Ich glaube, ich bin sehr fast. Es tut mir sehr leid. Ich bin es nicht. Das ist ein wirklich guter Aude. Das Bild habe ich versaut. Hier hätte ich Aude Quinn auch noch erkannt. Und hier war ich verloren. Oh mein Gott. Wex ist aus der Fölle einfach. Wex. Das ist doch der Klaut aus der Fölle. Ich wusste auch, dass das kommt. Das habe ich jetzt auch verhunden. Das tut mir leid. Können wir Wex mein Bild und Itemsbild nebeneinander machen? Kann das jeder mehr machen? Als eine Gang? Als wenn das so eine Gruppe wäre? Die haben alles vor uns Respekt. Kann da einer so eine dreiköpfige Hydra draußen? Oh mein Gott, ja. Nein, jetzt kommt Morten. Nein, Morten droht dir. Was? 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 Nein, Morten. Nein, Morten. Ja, Morten, du bist so. Das ist fake. Nein, Morten. Das war's, Morten. Also, Morten, das war's für dich. Das wird sich bis zu deinem Lebensende verfolgen. Ich hab das so geil gezeichnet. Ich war so stolz. Kommt jetzt wieder Kacke? Kommt jetzt irgendwas mit Kacke wieder? Ich hab kurz. Das wird wieder Kacke gewonnen. Ich hab hier rübergeflippt. Jawoll. Ey, Caro, Andert, vielen, vielen Dank für 18 Monate. Juhu, 2x9. Vielen, vielen Dank, Caro, für den Support. Ach so, die blauen Vagino, die haben so einen Fischschwanz. Der hat die natürlich größer malen können. Ach so, ich dachte, du wolltest einen Kreis malen. Das habe ich gar nicht erkannt. Nein, das gibt's nicht. Da ist ein Bug. Das ist ein Käfer. Ein ganzes Leben ist ein Bug. Dicker Mann isst Chips. Oh nein. Oh, dicker Mann isst. Ja gut, ich weiß, was an kann. Maru isst Pommes. Das wird ja auch nur dadurch so tragisch, das Wort. Ja, da kam dann das M. Maru hat Fritten. Ja, daher kam das M. Oh, Mann. Nein. Ich find's Unglück gehabt, ey. Das muss geknippt werden. Das muss geknippt werden. What the fuck? Marge Simpson macht einen Slam. What the fuck is da rausgeworden? Das ist da rausgeworden. Nee, das ist ganz fein. Marge beim Horben. Ich so, hä? Das ist ein Wart. Sportliche Kodos dankt bei Westig-Wall-Auswärtsspiel. Ich hab bald dunkel gelesen. Ich hab bald dunkel gelesen. Sportliche Kodos. Das möchte ich dir gerne speichern. Oh, oh. Oh nein, hast du nicht? Doch, gespeichert. True. Was ist 5 gegen Willi? Ich hab das gegoogelt. Also, ich hab das als Kind viel gespielt. Du hast 5 gegen Willi gegoogelt? Ich hab das gegoogelt, aber da kam irgendwie nichts. So wirklich. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So, ist das auch was gegoogelt? Du hast 5 gegen Willi gegoogelt und es kam nichts? Nee. Und die Frage, ah, nicht? Einfach so Kinderzüger. Hä? Oh. 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 Ja, keine Ahnung. Ich kenn sowas nicht. Aber jetzt mal. Also, ich hoffe, du hast es nicht on-stube, also nicht on-stube gegoogelt. Ich kenn das halt nicht. Ich bin so unschuldig, okay? Ich bin so unverwürdig. Also, ich erklär dir das Spiel ganz kurz einmal. Oh. Oh. Oh, oh. Filly Steinklotz bringt Basel zum Beinen. Steinklotz. Ja, das ist akkurat, stimmt. Boah, Filly Steinklotz muss der Antagonist beim wilden Werkzeug-Beermanger werden, ey. Ja. Kutscha schreibt Basel an, weil sie seine Steinsammlung anfasst. Oh, ja, das war jetzt schwierig für mich. Schwierig für mich zu zeichnen. Oh, halb kürzig. Und das sind Blitze, sorry. Wiggen wütend. Das zieht jetzt nicht schön. Also, jetzt. Oh, 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 oh. Das ist jetzt. Mach weiter, bitte. Wütend. Du bist doch mal weiter, Basel, jetzt. Hallo. Also, meine Erdrechte. Basel, mach doch mal weiter, schnell. Ich mach weiter. Hey, hallo. Mann. Oh. Oh. Hang on. Nice. Kutscha's Talk, Basel beim Ermitteln. Tschüss, Kleid. Ja. Ja. Warte kurz. Okay. Ich bin stolz. Aber wenn wir normale Zeit machen. Hm, wie ihr wollt. Wow. Ey, das ist. Leute, ihr sollt mir by the way nicht vorsagen. Das geht. Hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Among Us. Oh, oh. Ähm. Okay. Oh mein, Hilfe. Guter. Bestimmt. Among Us Figuren fährt Mario Kart. Wieso soll die? Ha. Oh, okay. Ähm. Mario Kart mit Burka. Oh. Oh. Das ist jahre. Das ist jahre. Es ist jahre. Warum da nicht? Wir sind leider jahre. Was das ist jahre? Ja, warum denn nicht? Jeder kennt den Baulang aus demplan. Ja, aber ich wusste es nicht. Ja, aber ich wusste es nicht. Und habst du wirklich Zeit, das zu fixen, was mir jetzt kaputt ist? Gut. Schömmert dich. Dich also. Ja, da war es. Scheiße. Schade. Dein Hiel geht hoch. Hä, woran ist der gestorben? Wollen wir regeln? Also wollt ihr was mit keinem Menschen? Oder was hattet ihr gerade gesagt? Ich bin so witzig. Ich bin so witzig. Ich hätte gerne mehr Zeit. Also wegen mir können wir auch Menschen. Also mir ist das egal. Aber ihr müsst halt damit klarkommen, dass ich nicht malen kann. Aber das macht es witzig. Ich weiß nicht, dass wir nicht malen Menschen in der Welt sind. Gerade wenn man so Promis oder sowas sind oder andere Streamer, die man kennt oder sowas. Aber das Problem ist, dass man für den Anfangssatz zu wenig Zeit hat, meiner Meinung nach. Dann überleg dir jetzt schon ein. Ja. Der große Jumbo-Furz-Test. Wo ist denn jetzt aus Jumbo-Schreiner-State? Leute können wir ganz kurz Pause machen. Ich muss echt trinken auf Tour deiner Dich-Germann. Also pack dich noch ein paar Minuten. Jumbo-Furz-Test. Oh, Sorge. Fucking Jumbo-Schreiner-Furz-Test. Der steht nämlich vor, der Vorzimmer-Möckchen hat mir geht. Der wird mir von Scheiße.